Am Vormittag des 18. Juni feierten die knapp 100 Sozialassistentinnen und Assistenten der Rotenschule Grimma ihr Sportfest. Dieses hatten die Frauen und Männer der Sportgruppe eigenständig organisiert. Neben mehreren Leichtathletik-Disziplinen stand auch eine Schnellfragerunde rund um den Sport auf dem Plan. Acht Fragen galt es für die Vertreter der Teams mit A, B oder C zu beantworten. Im Anschluss an das Sportfest erfolgte traditionell der Spendenlauf für die Elternhilfe für krebskranke Kinder e.V. Seit zehn Jahren besteht die Kooperation mit dem Verein. Und es gehört auch dazu, dass Markus Wulftange, Sporttherapeut, auf der Kinderonkologischen Station des Universitätsklinikums Leipzig nach Grimma kommt. Wir haben ganz viel Spaß auf der Station. Das geht vom Bobbycar-Rennen über den Krankenhausflur hin wirklich zu Kraft- und Ausdauertraining auf dem Fahrradargument oder auf dem Laufband. Mit vielen, vielen Möglichkeiten, auch im Zimmer sogar, mit Luftballon, Tennis, mit so vielen, vielen kleinen Spielen können wir die Kinder von 0 bis 18 aktiv halten, in Bewegung bringen und ihnen damit so ein bisschen Lebensfreude schenken während der Zeit der Therapie. Im Anschluss danach versuchen wir sie wieder fit zu kriegen, damit sie dann auch wieder am Schulsport teilnehmen können oder im Kindergarten, wenn wir noch jünger sind und dann irgendwann auch bei solchen Sponsoren mitlaufen können. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr lauft, dass ihr Menschen gefunden habt, die euch dafür auch ein paar Euro geben. In den vergangenen Jahren ist Markus Wulftange immer mitgelaufen, sagt er. Dieses Jahr muss er verletzungsbedingt nur zuschauen. Was er sah, dürfte ihm sehr gefallen haben. Einige der Läuferinnen und Läufer sind an diesem Tag bei 29 Grad mehr als 6 Kilometer gelaufen. Aber nicht nur darauf kam es an. Jeder, der sich am Spendenlauf beteiligte, egal wie schnell oder wie weit er lief, war willkommen. Ihre Sponsoren hatten sich die Läuferinnen und Läufer selbst gesucht. Rund 1000 Euro könnten zusammengekommen sein, schätzt Sportlehrer Markus Danz. Im Herbst beim gemeinsamen Spendenlauf mit dem Gymnasium St. Augustin soll die Spendensumme noch aufgestockt werden. Das Geld hilft, um die nicht von den Krankenkassen übernommenen Sport- und musiktherapeutischen Hilfen und Maßnahmen finanzieren zu können. Das Geld ist in der Nähe der Läufer. Vielen Dank.